Ab morgen geht es in die heiße Phase. Die Stimmung in beiden Lagern nähert sich dann ihrem Höhepunkt bzw. dem Tiefpunkt. Eben abhängig davon, ob man nun Faschingsnarr oder Faschingsmuffel ist. Für viele ist der Fasching einfach ein Lebensgefühl, das auch am Arbeitsplatz nicht unbedingt aufhört. Am Altweiberfasching werden morgen wieder zahllose Krawatten abgeschnitten. Für die meisten gehört das eben einfach dazu. Aber was ist denn, wenn man an den falschen gerät? Rechtsanwalt Dr. Jochen Suez von der Anwaltskanzlei MWLG aus Würzburg. Wo hat denn der Spaß sein sprichwörtliches Loch? Krawatte abschneiden ist eigentlich eine Sachbeschädigung, damit strafrechtlich relevant. Und kann auch zur Abmahnung oder sogar zur Kündigung führen. Jetzt im Fasching muss man sagen, naja, unter bestimmten Umständen kann es schon sein, dass ich von einer stillschweigenden Einwilligung ausgehen kann. Wenn das jetzt jahrelang üblich ist, dass den Herren dann die Krawatte abgeschnitten wird, wenn die dann zur Arbeit kommen mit Krawatte, dann kann es schon sein, dass man halt mal sagt, naja, da ist eine stillschweigende Einwilligung da. Aber da muss man auch vorsichtig sein. Also besser erst einmal vorfühlen, wie es um die Faschingsstimmung in der Chefetage steht. Manche Männer sollen ja auch verärgert sein, wenn die gar so hübsche Krawatte, die man zu Weihnachten von der Frau geschenkt bekommen hat, ganz bleibt. Nächster Punkt an Fasching ist der Alkohol. Eigentlich keine Frage, dass das auf keinen Fall am Arbeitsplatz erlaubt ist. Oder, Herr Suez? Es gibt eigentlich kein grundsätzliches gesetzliches Verbot, Alkohol während der Arbeit zu trinken. Natürlich, wenn der Arbeitgeber das generell verboten hat, ist es zu beachten. Im Übrigen ist es sonst so, dass ich halt gucken muss, dass ich meine Leistungsfähigkeit beeinträchtige. Die Sicherheitsvorschriften müssen natürlich auch gewahrt werden. Und wenn aber beispielsweise es üblich ist, dass beim Geburtstag mal ein Glas Sekt getrunken wird, dann kann das schon in Ordnung gehen. Aber auch da wäre ich sehr vorsichtig und würde es lieber mal mit dem Arbeitgeber abstimmen, weil tatsächlich sonst arbeitsrechtliche Sanktionen erfolgen können, die man natürlich vermeiden sollte. Also egal, ob nüchtern verkleidet oder vielleicht sogar mit abgeschnittener Krawatte, wir hoffen, dass Sie auch am Arbeitsplatz gut durch die Faschingszeit kommen.